Hallo VfR-Fans, hallo Sportfreunde, herzlich willkommen zum VfR-TV. Da nun es kurz vor dem Start der Regionalliga ist, zeigen wir euch nochmal komplett die gesamte Mannschaft. Viel Spaß dabei! Für Kameraschaft steht Schwarz-Weiß, die Spieler sind auf jedem, Gegner heißen auf den Rängen, mit Schlachtgesängen. Da stehen die Fans in großen Fängen und alle wissen, hier ist er, der Vater, der Vater. Und alle wissen, hier ist er, der VfR, der VfR. Das Stadion in Garchingstadt, ein schöner Rest kaum einer hat. Der VfR ist super drauf, hier nehmen Siege ihren Lauf und ziehen auswärts wir hinauf. Holen wir die Punkte stets nach heiß, denn Garching kickt für wenig Geld, in Ordnung ist die Fußballwelt. Für Kameraschaft steht Schwarz-Weiß, die Spieler sind auf jedem, Gegner heißen auf den Rängen, mit Schlachtgesängen. Da stehen die Fans in großen Fängen und alle wissen, hier ist er, der Vater, der Vater. Und alle wissen, hier ist er, der Vater, der Vater, der Vater, der Vater. Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Bauernfreude freuen sich, deine Fans, sie lieben dich. Und geht ein Spiel einmal daneben, dem wir ins Urteil einen heben. Keine Niederlage ist es, wenn, das man nicht mehr zusammenkommt. Für Kameradschaft steht Sportweiß, die Spiele sind auf jeden. Gegner heißen auf den Rängen mit Schlachtgesängen. Da stehen die Fans in großen Wänden und alle wissen, hier ist er. Der VfL, der VfL, der VfL. Und alle wissen, hier ist er. Der VfL, der VfL. Und alle wissen, hier ist er. Der VfL, der VfL, der VfL, der VfL. Und alle wissen, hier ist er. Der VfL, der VfL, der VfL.